Hallo liebe Kümikfreunde, heute gibt es bei uns eine unserer Lieblingsrezepte und zwar unsere Blitzlasagne. Zack, 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 Pfeffer verfeinert. Probieren wir noch mal kurz? Gut. Heute kochen wir zusammen eine Brokkumsuppe. Dazu nutzen wir unsere Kümiksoßenbasis perfekt für die warme Küche, speziell für Soßen und Socken. Heute machen wir zu euch Heidebärmuffins. Heute machen wir leckere Kakaomuffins und nutzen dazu unsere Kümikklassik perfekt für die kalte Küche. Für unsere Muffins gibt es dann noch ein Schokotopping und ein Kimbertopping. Für das Schokotopping nehmen wir dann die zerlassene Schokolade über das geschlagene. So leif drehen Cupcakes mit Cunning. Mehr Zeit für euch. Die sind 45 warm. Phoenix Soßenbuddies, perfekt für die warme Küche. Für die warme Küche! Du hast einen Schokot